herzlich willkommen zu diesem video ich habe ein super tolles video raus gesucht für uns alle feld am sieger gefühlt seit 18 jahren nicht mehr gesehen aber die haben ein relativ neues video mit expense fällt und wie wir alle wissen lieben wir es wenn sachen wenn leute sich teure sachen kaufen und sie kaputt gehen das lieben wir alle einzelnen zu ist sagt ganz kurz hallo zu den youtube leuten hat das ist das ist mein chat du bist der typ der das video gerade anschaut die sagen gerade hallo zu dir gut wir schauen das video zusammen okay jetzt kommt wir seht schon teure autos die das geht gut los die könnte es auch für hallo zu sagen es reicht dann geht erster clip hot up stream aus dem auto auch entspannt digga er finde es lustig lol oh mein gott wie sie planschen digga go off 101 don't show to the house you're gonna get hit oh nein das boot geht an die brücke oder film das boot oh mein gott oh mein gott oh mein gott das ist satisfying chat seid ehrlich das ist satisfying digga zu sehen wie ein boot an kran kracht ist satisfying das erfüllt mich grad ich bin grad happy ein bisschen mehr als davor das ist einfach ein beyblade ganz kurz geworden der bruder das ist ein 60 no scope ja safe russen und was sehen wir ein auto was im see liegt schiste maschine nie dort bei der kohle serie und leider macht bestimmten willi oder ich sehe es der versuchte willi digga ja lenker einfach abgebrochen btf spannend die 17 chat dein russisches umzugsunternehmen bruder fünf stelle bewertung auf google handy weg freitag wird erstmal gegönnt hoffe ich schaffe es muss leider arbeiten bis 17 uhr ey bro vielen vielen dank für den 15er ich drück dir die daumen digga ich hab im richtigen moment gestoppt oh mein gott das ist doch dumm als ob die jetzt ernsthaft gedacht haben dass der baum genauso fällt und nichts kaputt macht wieso zündet man den baum einfach nicht an dann brennt er ab die 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 3, 2, 1 Ok, ich glaub den Clip kenn ich schon, hä? Den haben wir mal gesehen, glaub ich, Chat, oder? Ich hab auch hier tiefer gelegt Hausverbot im Gym Was ist das denn, Digga? Ist das Glas? Machen die da Glas? Oh, F*** Oh, F*** Wann wir? Es funktioniert! Wenn du es bekommst, send es dir zu mir! Oh! Du hast den Ball! Was? Oh nein! Oh nein! Schau! Und daran erkennt man auch einfach wieder die russische Oma! Jede deutsche Oma wär umgefallen! Russische Oma, Digga, bringt die Schranke zum Einbrechen, Digga! Einfach weitergehen! Nix passiert! Oh, das war auch ihr Handy, glaub ich! Oh! Oh, das war auch ihr Handy, glaub ich! Oh, das war auch ihr Handy! Das hab ich aufgeregt! Ah, die kenn ich, glaub ich, auch schon die Clip! Oh, F***! Bowning Clip! Du hast die Maske auch nur auf, damit die Gletscher nicht so schnell schmelzen, oder? Richtig, Nico! Kleiner als 3! Danke für den 5er, Bro! Das ist ein sehr kurzes Video von unserem neuen Apartment, das wir versuchen, zu setzen zu haben. Und da ist Brittany. Und Brittany hat ihr Telefon geöffnet. Oh nein! Ich hoffe, es hat nicht schattet. Gut dokumentiert, Digga! Komm! Komm! Na, mach gewusst! Alter, WTF! Saß da immer drin? Ich hoffe nicht, Bruder, WTF! Ja! Ja! Du hast es in Racer-Mode? Oh nein! Nicht der Racer! Oh, F***! Das war der Rückwärtsgang und nicht der Racer-Mode, Bro! Jo! Oh nein! Oh, oh nein! Digga, das war ein Scheiß-Tag für den Bruder. Äh… Äh… Oh! Oh! Oh, Gerrit! Can you follow- Hi! Ah! 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 B***! Okay, Öhm! Video ist zu Ende. Sehr viele Handys kaputtgegangen und verloren gegangen. war trotzdem im Großen und Ganzen ein relativ unterhaltsames Video würde ich sagen, eure Meinung jetzt gerne in den Chat und falls dir dieses Video auch gefallen hat dann lass jetzt gerne ein Like da abonniere diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder dein Mowgli aus dem Dschungel ich hab dich lieb Kuss